Ich habe immer wieder zu beeinflussen, natürlich nicht geschafft, die Familie zu ersetzen. Man hatte Freunde, man hat geteilt, wir sind mit den Eltern in den Urlaub gefahren. Das waren ja alles Erlebnisse. Und dann gibt es noch getreten und eine Konzeption zu starten. Ich meine, die Anwesenheit von Freiheit kommt man nicht gut, aber die Abwesenheit von Freiheit kommt man sich ja auch. Und man verlernt dann auch, wie viele Dinge. Dauer hatte ich schon gesprochen, aber ehrlich gesagt, mir wäre auch gar nicht in den Kopf gekommen.